Hol' dich auf die Zukunft, Arsene. Ich kann mich jetzt hol' dich. Er hasst dich einfach so. Du spielst Forks. Du lässt doch nicht auch Forks spielen. Du spielst Forks. Forks. Entschuldigung. Ich spiele Forks. So, auf dem hin? Okay. Wann der Lärm? Nein, genau. Guckt überhaupt irgendjemanden zu? Das Lärm ist immer noch. Und die Ombau da mit dem Wieselichländer. Ist jetzt nicht okay. Hast du ihn eingetragen? Hast du gemacht? Ah, soll ich machen? No, diese Emojis. Wir läffen uns nicht mehr aus. Zu läffen? Ja, der hat den Kanal schon mehrfach ge... Echt? Wahnsinn. Oh, was? Er macht einfach nur Uptails. Oh, was? 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 Ich werde so Selbstgespräche führen und nicht kommentieren. Ich glaube, das ist besser als das Play-By-Play. Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Siehst du, das erste, was du schon sagst? Würde ich nie zu mir selber sagen. Very solid. Okay, nein. Du musst erst mal ein paar Minuten überreden, wie ich schon vorne da bin. Ja, für krass denn, dass sie auf Dreamland gegangen sind. Also, dass Loser auf Dreamland gegangen sind, finde ich krass. Aber er steht ja auf diesem Stage, wie Sambo, wie... Ohne Scheiß, ne? Denk ich auch nicht. Oh! Ohohohoho! Gegen Tennis-Forkrie. Gegen was? Gegen Tennis-Forkrie. Oh, no! Oh, no! Er lacht, aber innerlich ist er tot. Ich kann das Spiel! Das ist so wie... Kennst du dieses Bild? KPMB bei Joko? Kennst du das? Ich hab jetzt gesehen, wo er... Ja, 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 ja. Ich hab jetzt gesehen, wo du da so... ...so'n Strick, dass sie selbst mal von den Kügel sind. Das ist so geil. Das ist ja so geil. Es gibt ja sogar... ...so'n Stock-Poke. Melehel-Meme. Ich hab's... Wahrscheinlich hab's sogar auf Melehel-Meme. 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 Ich hab's jetzt sterben. Ich hab's gewonnen. Ich hab's gewonnen. Ich hab's gewonnen. Du meinst... Das ist doch Schwachsinn. Ja, ja. Melehel-Meme. Ich hab's gewonnen. 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 Also ich mein, niemand muss dran halten. Weil die Snipes-Poke ist halt auch... ...und ist ja eigentlich voll dezentralisiert. Ich hab's gewonnen. Ich hab's gewonnen. Ich hab's gewonnen. Das ist so wie... ...so wie der Islam. Und jeder T.O. ist so ein... ...ist so'n Imam. Weißt du? Das ist einfach viel zu dezentralisiert. Praktisch... Und Leute, die Pals spielen, sind halt Shihib. Brawl-Spieler sind... Brawl-Spieler sind... Ich weiß nicht. Irgendwie... ...ist da die Mieten gelöst. Das passt sogar. Weil wir kommen halt alle aus der selben Region. Dann ist voll gut, dass wir die erste Situation haben. Ich komme aus demytym booken. Wir punchen in��면 genau so. Ja, ich bin ja. Ja, ich bin für ein Bild. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.